Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Folge, willkommen bei Rost. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung, worum es gehen könnte. Hier sitzen zwei am, weiß ich nicht, Meer. Ja, ich könnte mir bei Rost eher irgendwelche Maschinen vorstellen. Mal gucken, worum es geht. No. Ich kann auch nichts machen. Macht alles er gerade noch. Oh, ein bisschen wieder weiß. Ich finde das voll schön. Dass wir auch den Schnee mitnehmen. Plupp, plupp, plupp. Ja. Hier ist schon mal ein altes Auto. Wir sind vermutlich hier hoch. Äh. Alles klar. Weiß ich, wofür das Ding hier ist? Jetzt müsste ich hinkommen, ne? Auch nett. Wo hänge ich denn? Wo hänge ich denn? Ich darf doch gar nirgends hängen eigentlich. Warte. Oder bin ich oben rumgelaufen? Jetzt komme ich hin. Vielleicht war ich noch oben um diesen, äh, Vorsprung da rum. Hinten ist ein Vogel. Entschuldigung. Wollte dir nichts Böses. Auto reißen. Alles klar. Kann ich irgendwo hingehen, weil ich hier... Nö. Äh. Äh. Hänge ich hier fest? Oh Gott. Muss ich mit dem irgendwas machen? Warte mal. Ähm. Hm. Ja. Nein, nein, nein. Äh. Kann ich dich schieben? Nein, 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 nein. Warum? Ich muss den doch irgendwie... Warte. Hä? Wo kommt denn der Reifen her, der da rollert? Okay, das war nichts. Ich sehe es ein. Weil wenn ich hier bin und mich duckt, dann kriegt er mich aber trotzdem... Das war der Kopf. Das war der Kopf. Ich muss eigentlich... Muss ich auf den Reifen... Äh. Oben drauf. Oh. Hi. So geht's natürlich auch. So war es auch, glaube ich, gedacht. Nur ich fand mir das so blöd. So. Hi. Hi. Ich mach mich mal... Äh. Überall fest, liebe... Oh, hier geht's hoch. Geht's denn hier hin? Was ist da oben? Da oben... Da oben ist irgendwas. Ah. Ich dachte schon, ich bin jetzt tot. Moment. Muss ich hier irgendwas machen, weil... Oh. Muss ich hier irgendwas rüberschieben, weil die alle leuchten? Das sieht so komisch aus. Das war die falsche Taste. Nee, hier nicht mehr. Warte. Oh, wieder kurz. Nee, anscheinend nicht, ne? Rollst du wieder weg? Oh, Gott. Ah. Äh. Hör mal mir. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. No, an Tobi. Tobi, Tobi, Tobi. Hi. Haben wir das nächste? Ich glaube, wie ich da hochkomme. Nicht da hoch springen, wenn ich... Warte mal. Nee, hierüber lässt sich's nicht sprengen. Wie komme ich da hoch? Warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme ja hier nicht hoch. Also ich komme hier hoch, aber ich komme nicht... Warum ich denn hier hoch? Ich komme hier nicht hoch, aber ich komme hier nicht hoch. Hm... Müssen wir das liegen lassen? Das ist schade. Also zumindest wissen wir, wo eins gewesen wäre. Warte... Wo kommen wir da oben hoch? Warte mal. Willst du mal testen? Ne, kommen wir nicht. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Hallo? Warte mal, ich habe kurz... Ich habe doch da vorhin so viele Seile... Ne, was... Ich hoffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich habe die da oben vergessen. Ich bin so weit geflogen, dass ich... Aber zumindest wüssten wir, wo so ein Collectible gewesen wäre. Was steht denn die hier so da? Muss ich mit der irgendwas machen mit der Kiste? Äh... Kann ich die irgendwie mit dem Magneten anheben? Okay. Oh. Ich wollte die eigentlich... Ich dachte, ich brauche die, um hier drüben weiterzukommen. Okay, warte mal. Ich dachte, ich muss die mitnehmen. Wie diese Schneebälle oder diese... Diese, äh... Steine überall. Warte mal. Da natürlich was versteckt ist. Ich glaube, das war schon mal. Dass sie irgendwie was in so einem komischen Ding versteckt war. Warte mal, warte mal. Wo muss ich denn hin? Wie... Wie muss ich denn... Äh... Schieb das mal weiter rüber. Ne, schon anmachen. Ne, ne, ne. Ich seh halt nicht. Ich seh halt nicht. Ich seh halt nicht. Wie kannten der das... Wie setzten der das ab? Weiß man das? Muss man dem doch sicherlich irgendwas machen, oder? Ne, 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 ne. Da liegt ne Pille. Da liegt ne Pille. Ja. Aber nun gut. Okay. Okay. Hier muss ich nicht unbedingt festmachen, oder? Ist hier unten irgendwas? Oh, echt. Hier wusste ich doch... Dass hier wieder irgendwas komisches ist. Oh, ich kann nicht weiter. Dann... 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 ... Moment. Moment. Wie ging das? Die habe ich nicht das letzte Mal gemacht. Ich bin runter. Ich habe mich runter gelassen. So, ne? Was ist hier eigentlich? Oh, aber ich kann hier... Habe ich so viel Garn? Ist das ein Sanitätsauto? Ich habe doch kein Garn mehr. Wieso habe ich jetzt wieder so viel Garn? Ich hatte doch vorhin keins mehr. Oh Gott sei Dank. Ich hasse diese Bänder, wenn ich ehrlich bin. Was ist hier los? Oh Gott. Ja. Ja gut. Wo muss ich hier hin hüpfen? Ja. Hat da jemand was gesehen gerade? Ja. Ja. Hä? Ja gut. So kann man es auch machen. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich hier hin? Ich sehe keinen Punkt zum Festhalten. Das ist gerade so mein Problem. Das ist da. Oh Gott. Okay. Ja. 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 Vielleicht muss ich da hochhupfen. Hupf, hupf. Okay, gut. Ich wollte nicht hüpfen. Oh, pass auf jetzt. Ah, da waren solche gelbe Blobbeln mit so Dingses dran. Habt ihr die gesehen? Die gelben Blobbeldingses. Ja, hoch komme ich also so in dem ich, ja, okay. Hier, diese Dinger. Die brauche ich doch, oder? Ja. Ja. Wo ist denn hier so ein Ding? Oh Gott. Äh. Äh. Nicht auf mich, nicht auf mich. Muss ich da noch so ein Ding mitnehmen? Wo muss ich denn hin? Hier rüber? Warte mal, da oben war was, oder? Habt ihr das gesehen? Warte mal. Oh nein. Warte. Oh nein. Nee. Ich muss einfach runterlaufen. Ich muss einfach runterlaufen. Okay, das hab ich nicht gesehen heute. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Äh. Ja gut. Aber was? Ja gut. Aber was muss ich da machen? Oh. Komm hier nicht durch? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ach. No. Äh. Oh Gott, das ist knapp. Oh mein Herz, ey. Oh nein. Da vorne liegt das Ding, oder? Ich kann nichts mehr machen. Oh mein Herz. Uff. Wir haben fast gar keine von diesen Dingen erfunden. Zwei Stück, glaub ich nur. Oh. Wir haben ins Mikro gestoßen gerade. Oh mein Herz, ey. Was ist denn das? Ist das ein Auto? Oh nein, ein zerbrochenes Herz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Findet man die andere Hälfte auch noch? Rost. Alles geht zagsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. oo laps. Mhhh, das war der Schadplatz. Das ist der Hund, den wir gesehen haben? Ja, doch. Hm. Das war der Hund. Und wie klein wir sind auf diesen Ding. Oh nein. Oh nein, ich ahne Böses. Okay. Ich weiß noch nicht, wie das Spiel ausgehen wird. Ob sie das vielleicht vergessen wollte? Hier landen. Drücken. So, hier waren wir jetzt, ne? Muss ich mal gucken, wo es weitergeht. Geht's hier? Hier geht's weiter, ne? Weil hier hoch, glaube ich, nicht. Wir haben drei gefunden. Wir finden meistens immer nur zwei, drei oder so, ne? Oh, da hätten wir sogar hin und Dingsen können. Das letzte Blatt. Klingt so traurig und so nach Abschied. Okay. Dann war's das für diese Folge. Ging wieder relativ schnell, sogar unter einer halben Stunde. Sehr, sehr cool. Ähm. Manche sind ein bisschen herausfordernder. Und manchen, die gehen doch total einfach. Ich meine, bei vielen hängt man halt auch einfach nur, keine Ahnung, minutenlang. Ähm. Hier waren auch wieder so ein paar Sachen dabei. Gerade, gerade zum Schluss, wo du wirklich unter Zeit machen musst, bis das Auto zermatscht wird. Das war schon, äh, ja. Da geht der Puls schon hoch. Aber okay. Dann war's das für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken und fürs, ähm, Kommentieren. Und dann sehen wir uns mit das letzte Blatt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.